Borussia Dortmund hat nun die Verpflichtung von Seru Gerasi bekannt gegeben, nachdem man die Ausstiegsklausel aus seinem Vertrag beim VfB Stuttgart in Höhe von 18 Millionen Euro gezogen hat. In diesem Video analysiere ich anhand seines Spielerprofils, inwiefern er zum BVB passt und ob der Transfer überhaupt Sinn macht. Zunächst einmal, ich glaube jeder hat letzte Saison gesehen, was Gerasi beim VfB abgerissen hat, wie viele Tore er erzielt hat, zweitbester Torschütze hinter Harry Kane in der Bundesliga. Vom Profil her ist er auch ein klassischer Stürmer, aber seine Fähigkeiten reichen durchaus darüber hinaus. Er ist zwar nicht der Schnellste, aber das muss er auch nicht sein, das ist überhaupt nicht seine Aufgabe, dafür bringt er einfach eine körperliche, physische Wucht mit. Mit einer Größe von 1,87 Meter ist er auch definitiv sehr kopfballstark. Gegen den Ball macht er zwar seinen Job, also er steht jetzt nicht nur rum und arbeitet nicht mit nach hinten mit, aber er ist jetzt kein sonderlich guter Pressing-Spieler, der da seine Stärken darin hat, den Gegner gut anzulaufen und da viele hohe Ballgewinne zu erzwingen. Aber es ist jetzt nicht so, dass man mit ihm überhaupt kein Pressing spielen kann, das kann man definitiv, hat man letzte Saison ja beim VfB gesehen. Dennoch liegen seine Stärken eher im Spiel mit Ball, ist da überdurchschnittlich gut für einen klassischen Stürmer, sag ich jetzt mal. Kann sich immer wieder fallen lassen, dann als Wandspieler, als Zielspieler agieren, kann sowohl hohe Bälle festmachen und gut verarbeiten, gut weiterleiten. Aber auch Bälle in den Fuß ist technisch auf jeden Fall auf einem sehr guten Niveau unterwegs. Dementsprechend ist auch sein Passspiel tatsächlich sehr gut. Ich würde jetzt nicht sagen, dass er im eigenen, beziehungsweise vor allem im mittleren Spielfelddrittel da einen enormen Mehrwert bietet. So wie ein Harry Kane, der sich öfters mal fallen lässt und dann die schnellen Flügelspieler in die Tiefe schickt. Das ist jetzt nicht unbedingt sein Spiel, aber vor allem im letzten Drittel auch unter Gegnerdruck auf engem Raum trifft er immer wieder gute Entscheidungen, kann auch den Nebenmann finden, ist da nicht eigensinnig. Und gepaart mit seiner physischen Präsenz ist das auf jeden Fall ein wichtiges Merkmal, dass so nur wenige Stürmer haben. Girasi hat ein sehr gutes Spielverständnis, wann er sich in welchem Raum bewegen muss und nutzt das immer wieder für gut getimte Läufe aus. So wie in dem Beispiel hier beim Tor gegen Union Berlin vergangene Saison. Grundsätzlich sehen wir hier, zwei Mann sind an ihm dran. Er bindet auch immer wieder mehrere Gegner, öffnet somit auch für Mitspieler den Raum. In dem Fall kann er trotzdem den Tiefenlauf perfekt timen, trotz zwei Gegenspielern und dann vor dem Tor eiskalt abschließen. Ich glaube in dem Fall zur Führung für den VfB. Das bringt uns aber auch zum nächsten Punkt in diesem Video und zwar seinem Abschluss. Vergangene Saison hat er aus 23,5 Expected Goals 28 Tore erzielt. Also den Wert, wie viele Tore anhand der Qualität seiner Chancen, die er hatte, hätten fallen müssen, deutlich overperformed. Also er war auf jeden Fall vergangene Saison ein sehr Abschlusssteiger-Spieler, hat relativ wenige Großchancen vergeben. Das war aber nicht immer in seiner Karriere der Fall, gerade in seiner Anfangszeit bei Köln war er schon auch ein Chancentod. Aber wenn man jetzt mal auf seine Gesamtkarriere schaut, er hat immer dann seine Expected Goals underperformed, wenn er auch nicht allzu oft zum Einsatz kam und wenn er mindestens, ich sag mal 20 Spiele gemacht hat, dann hat er seinen Expected Goals-Wert meistens auch overperformed, also die Großzahl seiner Chancen auch gut genutzt. Einzige Ausnahme dabei die Rückrunde der Relegationssaison beim VfB, in welcher er aber auch mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hatte. Betrachten wir wiederum mal noch kurz seine Expected Assists, also die Qualität der Chancen, die er vorbereitet hat. So fällt auf, dass er die fast immer underperformed hat, was aber nicht seine Schuld ist, sondern die seiner Teamkollegen, die dann eben seine vorbereiteten Chancen nicht nutzen konnten. Vor allem letzte Saison beim VfB hätte er nahezu fünf Vorlagen mehr haben können, hatte er am Ende nur drei. Aber das unterstreicht nochmal meinen Punkt von vorhin, dass er im offensiven Passspiel auf jeden Fall seine Stärken hat, auch wenn seine Chancen zuletzt bzw. seine ganze Karriere über nicht so genutzt wurden. Wobei ich mich auch frage, wer das beim BVB sein könnte oder ob Gira Sida als reiner Abschlussspieler eingeplant sein sollte. Kann man natürlich auch machen. Grundsätzlich weiß man natürlich noch nicht, wie der neue BVB-Cheftrainer Nuri Sahin spielen lassen möchte. Ja, er hat schon in der Türkei trainiert und so weiter. Aber was er jetzt beim BVB konkret plant, inhaltlich, ist noch nicht wirklich bekannt. Es gab jetzt zwar schon Testspiele, da hat er, glaube ich, eher mit einem alleinigen Stürmer gespielt. Und ob der Transfer erfolgreich wird, ist natürlich stark davon abhängig, wie Gira Sida eingesetzt wird, wie Sahin generell spielen lassen möchte. Das ist Stand jetzt natürlich schwer vorherzusehen. Dennoch möchte ich den Transfer an der Stelle kritisieren, auf die Gefahr hin, dass ich falsch liege. Und mal so ein wenig ausführen, warum ich kein allzu großer Fan des Transfers bin. Punkt 1. Gira Sida ist sehr verletzungsanfällig, hat deshalb häufig viele Spiele verpasst. Vergangene Saison war es ja so, er war schon auch mal verletzt, aber hat jetzt nicht allzu viele Spiele verpasst und konnte auch deshalb mal eine Saison glänzen. Also er hat definitiv die Fähigkeiten dazu, ein Top-Stürmer zu sein. Aber wenn er halt nicht fit ist, dafür kann dann auch niemand was, kann er das nicht abrufen. Und deshalb sehe ich auch so ein bisschen die Gefahr, dass er letzte Saison ein One-Season-Wonder war, weil er halt eben mal so lange fit war. Das heißt jetzt nicht konkret, dass er beim BVB nicht genauso performen kann, aber wenn er halt eben wieder von Verletzungen zurückgeworfen wird, was bei ihm ein definitiv einkalkuliertes Risiko sein muss. Ich meine, er hat ja jetzt auch vor dem Transfer schon wieder Probleme gehabt, dann könnte es auf jeden Fall schwierig werden. Und mein größter Kritikpunkt, hat man überhaupt den Bedarf, dass man ihn holen muss? Ja, man macht da finanziell auf jeden Fall nicht allzu viel falsch. Er hat einen Marktwert von 40 Millionen Euro mittlerweile und man bekommt ihn für nicht mal die Hälfte für 18 Millionen. Daher ist das finanzielle Risiko nicht das allergrößte, da du einen Spieler mit 28 Jahren im besten Fußballeralter bekommst, der gerade noch so einen Wiederverkaufswert hat, je nachdem wie sich die Situation entwickelt. Aber ich hätte das Geld an anderer Stelle einfach besser investiert gesehen. Man hat definitiv mehrere Problemstellen im Kader, seien es die Außenverteidiger, die Sechserposition oder die Flügel. Und da der BVB nicht allzu viel Geld zur Verfügung hat, hätte ich das Geld dann lieber in diese Positionen gesteckt, anstatt einen neuen Stürmer zu verpflichten. Nicht, weil Gerasi nicht gut ist, er ist definitiv ein Top-Stürmer, wenn er fit ist, aber weil du da halt eben schon einen Füllkrug hast, dementsprechend sehe ich nicht unbedingt den Bedarf, da Gerasi zu holen. Auch wenn er vielleicht minimal besser ist und dir nochmal ein paar Tore mehr garantiert, hätte ich auf anderen Positionen einfach mehr Bedarf gesehen und sehe Füllkrug auf jeden Fall auf einem ähnlichen Niveau. Wenn wir die beiden jetzt mal vergleichen, so sieht das Bild natürlich zunächst recht deutlich aus, dass Gerasi in den meisten Bereichen klar besser ist. Aber man sieht einerseits, dass sich die Profile durchaus ähneln, also die Bereiche, in denen sie stark sind, sind ähnlich, auch wenn die bei Füllkrug nicht ganz so stark ausgeprägt sind. Denn Füllkrug ist auch wie Gerasi ein klassischer Stürmer, der aber durchaus auch mitspielen kann. Gerade was die Chancenkreation angeht, hatte letzte Saison auch einige Vorlagen und da kann er Gerasi auch gewissermaßen die Stirn bieten, auch wenn er technisch nicht ganz auf dem Niveau ist. Und andererseits, wenn wir uns die Frage stellen, warum Gerasi in den meisten Bereichen besser ist, ist das nicht unbedingt dem geschuldet, dass er der bessere Stürmer ist, sondern dass er besser eingesetzt wurde beim VfB in einer besseren Mannschaft, muss man einfach so sagen. Das sind die Statistiken aus der letzten Saison. Da war Stuttgart einfach deutlich besser wie der BVB, vor allem der BVB in der Bundesliga. Und dementsprechend wurde Gerasi besser eingesetzt, hat mehr Chancen bekommen, hat in einer funktionierenden Mannschaft gespielt, was bei Füllkrug nicht immer der Fall war. Dementsprechend würde ich nicht sagen, dass Gerasi deutlich besser wie Füllkrug ist. Vielleicht ist er leicht besser, hat er auf jeden Fall im Spielerischen vielleicht nochmal bessere Fähigkeiten. Aber rein was den Abschluss angeht, wenn Füllkrug die Chancen kreiert bekommt, was Gerasi beim VfB bekommen hat, dann nutzt er die Chancen auch. Dementsprechend sehe ich das Upgrade von Gerasi im Vergleich zu Füllkrug nur minimal an und hätte dementsprechend beim BVB eher auf anderen Positionen Verstärkungen forciert. Nichtsdestotrotz, dass ich den Transfer jetzt eher kritisch betrachte, machst du wahrscheinlich nicht allzu viel falsch damit, ihn einfach zu verpflichten für den niedrigen Preis. Was jetzt aus Füllkrug wird, muss man mal schauen. Wird er Backup? Gibt es vielleicht doch den Doppelsturm? Das wäre natürlich auch interessant zu sehen. Allerdings sieht es aktuell eher danach aus, dass er verkauft wird. Dementsprechend wäre Gerasi Stürmer Nummer 1, was er so oder so wäre, egal wie man jetzt letztendlich auch inhaltlich agiert. Aber was sagt ihr zum Transfer von Seru Gerasi zum BVB? Schreibt mir gerne eure Meinung zum Transfer in die Kommentare. Vielleicht auch wie viele Tore ihr euch von ihm erwartet. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like oder Abo da. Wenn ihr es noch nicht getan habt, teilt das Video auch gerne. Wird mir auf jeden Fall helfen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao!